April, April! Meine Mutter erzählt, ihr Auto wird gerade abgeschleppt. Die hat gar nicht aus dem Fenster geguckt, die ist runtergerast wie so eine Doofe. So kleine Sachen macht man ja schon so. Man sagt dann, keine Ahnung, dass irgendwas passiert ist, was dann nicht passiert ist. Mein Freund hat mir mal gesagt, als er in Hamburg war, dass er nicht mehr nach Hause kommt, weil der Flug ist abgebrochen worden und dann ist er aber doch gekommen. Ab und zu mal, aber ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Also es ist nichts Bleibendes, es waren aber nur so kleine Sachen. Früher hat man da auch viel mehr drauf gegeben, finde ich. Oder hat es sich dann Spaß gemacht, 1. April, irgendwas lässt man sich einfallen, aber irgendwie ist das gar nicht mehr so wie früher. Manchmal weiß man das ja auch gar nicht, es kommt dann immer im Nachhinein. Manche glauben das ja auch, erzählen das dann weiter und dann muss man natürlich sagen, nein, das war natürlich ein Scherz.